Wenn man ein Team von Sehern hat und deren Stärken und Schwächen kennt, kann man jeden nach seinen Fähigkeiten besetzen und bessere Ergebnisse erzielen. Die politischen Bösewichte der 70er, 80er und 90er Jahre waren gerade die richtigen Ziele für das Stargate-Team. Wir hatten Gaddafi als Ziel, Noriega, Saddam Hussein, auch andere Persönlichkeiten aus deren Regierungen. Wir nahmen Leute aus dem Drogenkartell aufs Korn, Drogenkuriere und andere kriminelle Elemente. Als die US-Regierung 1986 beschloss, Gaddafis Haus zu bombardieren, wollte der Geheimdienst von Buchanan wissen, ob der Plan gelingen würde. Man gab ihm die geografischen Koordinaten des Zieles und die Urzeit des geplanten Angriffes. Mehr wusste er nicht. Ich ging geistig an den Ort und fand ein völlig zerstörtes Haus. Das Dach war eingestürzt, ein großer Balken lag quer durch das Wohnzimmer. So habe ich es gezeichnet. Drei Tage später griffen die Amerikaner an. Gaddafis Haus wurde völlig zerstört. Seine Tochter starb. Er selber war zum Zeitpunkt der Bombardierung nicht zu Hause. Ich habe mich immer gefragt, ob meine Arbeit für den Tod der Tochter verantwortlich war. Ich hoffe nicht, aber wer weiß. Ich weiß nicht. Im Golfkrieg zogen die US-Militärs nicht nur alle Hightech-Register. Auch die vergleichsweise billige Informationsquelle Remote Viewing kam zum Zuge. Für Desert Storm haben wir uns hauptsächlich mit den Plänen und Absichten Saddam Husseins beschäftigt. Wir haben vorausgesagt, was er am nächsten Tag machen würde. Truppenbewegungen und solche Sachen. Auch wie er auf unsere Aktionen reagieren würde. Sie müssen das schon verstehen. Das ist nichts Persönliches, wenn wir Saddam als Ziel nehmen. Aber wo ein Armeechef ist, da befindet sich natürlich auch die Kommando- und Kommunikationszentrale. Es ist daher notwendig, Menschen als Ziel zu nehmen, damit die richtigen Gebäude effektiv zerstört werden können. Trotzdem, Saddam Hussein und auch Gaddafi haben alle Anschläge überlebt. Remote Viewing erschien dem Militär auf Dauer nicht zuverlässig genug. Stargate hatte viele Erfolge und viele Niederlagen, wahrscheinlich sogar mehr Niederlagen. Aber andererseits, wenn man ein beinahe Wunder wie Remote Viewing vollbringt, kann man Misserfolge erwarten. Wir haben oft nicht gefunden, was wir gesucht haben. Wir konnten oft eine unterirdische Anlage nicht beschreiben. Aber die normalen Geheimdienstquellen machen auch Fehler. Wir wollten es dann genau wissen und haben John McMoneagle um ein Remote Viewing gebeten. Wir sind sicher, dass er nicht wissen kann, was für ein Bild in dem verschlossenen Umschlag vor ihm steckt. Es könnte ein Mensch sein, ein Baum, ein blaues Auto. Ich bekomme ein sehr komplexes Ziel. Etwas schwer zu erklären. Eine Menge vertikale Linien und horizontale Linien. Viele Steine. Siegel. Mauerwerk. Wie ein großer Block, etwas sehr schweres. Aber alles ist miteinander verbunden. Es ist ein Gebäudekomplex vielleicht. Da ist ein zurückgesetzter Eingang. So als müsste man da formell hineingehen. Durch einen Eingang. Und der ist vielleicht in einer Wand. Könnte auch Schatten sein. Wie eine Fassade. Wie eine Fassade. Irgendwie sind die Gebäude alle miteinander verbunden. Und da sind eine Menge Treppen. Treppenhäuser. Noch eine Etage. Bögen. Sich wiederholende Bögen. Es sieht ungefähr schön aus. Bögen in Bögen. Und am Ende ein Schatten. Ein Schatten. Ich fühle mich innen, aber ich bin nicht innen. Meistens heißt das innen und außen gleichzeitig. Ausdruck nach draußen oder das Gefühl draußen zu sein. Vielleicht liegt es daran, wie es beleuchtet ist. Licht von draußen. Das Ganze wird auch beschützt irgendwie. Vielleicht bekomme ich deshalb die Mauer. Es ist umschlossen oder irgendwie beschützt. Eine sehr komplexe Gebäudestruktur mit vielen Etagen. Die Gebäudeteile sind miteinander verbunden. Und das Bild ist von oben aufgenommen, mit dem Blick nach unten auf Treppenhäuser. So ungefähr ist das. Da ist doch viel Betrieb. Ich habe den Eindruck, dass es ein Gebäude mit einer ganz besonderen Funktion ist. Und das ist alles. Mehr kann ich nicht zu dem Ziel sagen. Soll ich das jetzt aufmachen? Das Pentagon, Hauptquartier der US-Streitkräfte ist allerdings ein Gebäude mit besonderer Funktion. Ende 1995 gab die Regierung erst mal nicht zu, jahrelang Zielspionage betrieben zu haben und halte gleichzeitig mit, dass Project Stargate eingestellt werde. Die Einheit wurde aufgelöst, die SEA entlassen. Ich habe immer vermutet, dass es eine zweite Einheit gibt. Wenn ja, dann ist sie so geheim, dass selbst ich nichts davon weiß. Ich kann nur hoffen, dass es eine zweite Einheit gibt. Meiner Meinung nach wäre die Regierung verrückt, wenn sie damit aufhören würde. Eine Kommission der US-Regierung stuflte Remote Viewing als unzuverlässig für Geheimdienstaufgaben ein, empfahl aber die weitere Forschung im zivilen Bereich. Ich glaube, diese ganze Untersuchung war schwindel. Sie hatten längst nicht das ganze Material. Ich zum Beispiel habe 17 Jahre bei Stargate mitgemacht. Und mit mir hat nie einer geredet. No one even spoke to me.